Willkommen zu einer weiteren Einheit in der ISM-Statistik 1 Aufgabensammlung. Dieses Mal zum Thema Skalenniveaus. Schauen wir uns die vorliegende Aufgabe einmal im Detail an. Bestimmen Sie für jedes der folgenden Merkmale die zugehörige Skala. Dann haben wir als erstes das Gewicht in Tonnen. Gewicht in Tonnen, kann ich mir jetzt überlegen, wenn ich mir zwei Güter hernehme, kann ich sagen, das eine wiegt mehr als das andere. Das heißt, ich kann die Größen entsprechend anordnen. Das heißt, ich habe auf jeden Fall eine Ordinalskala. Kann ich die auch sinnvoll vergleichen? Kann ich sagen, naja, der Abstand, der Unterschied im Gewicht zwischen einem Gut, das eine Tonne wiegt und einem bis zwei Tonnen wiegt, also dieser Abstand von einer Tonne, entspricht genau dem Abstand zwischen einem Gut, was zehn Tonnen und einem, was elf Tonnen wiegt. Ja, macht Sinn. Kann ich sinnvoll interpretieren. Habe ich dementsprechend auch eine Intervallskala? Und dann hat nur noch die letzte Frage, habe ich auch eine Verhältnis-, eine Ratio-Skala? Dafür müsste ich einen absoluten Nullpunkt gegeben haben. Wenn man sich jetzt einfach mal vor Augen führt, das Gewicht kann nie negativ werden. Dementsprechend habe ich meinen Nullpunkt bei null Tonnen gegeben und damit habe ich hier ein verhältnisskaliertes Merkmal. Fangen wir dann zum zweiten Beispiel. Hier haben wir die Konfektionsgrößen. Konfektionsgrößen meint hier so etwas wie XS, S, M, XXL, so was in der Form. Dann sieht man auch, ja, aus eigener Erfahrung, Kleidungsstück in L ist wesentlich größer als ein Kleidungsstück in S. Jetzt sind diese Kleidungsgrößen allerdings nur bedingt genormt. Das heißt, es ist nicht notwendigerweise so, dass der Abstand zwischen S und M genauso groß ist wie der Abstand zwischen XL und XXL. Und damit sehen wir, können Sie anordnen, haben also ein ordinal skaliertes Merkmal. Wir können die Abstände aber nicht interpretieren. Das heißt, es ist nicht mehr intervallskaliert. Das heißt, hier nur eine Ordinalskala. Dann haben wir als drittes die Seitenlänge einer Zeitung. Auch hier, ja, ich kann sagen, diese Zeitung ist länger als eine andere. Kann ich also anordnen. Ich kann sagen, um wie viel Zentimeter sie länger ist. Dementsprechend habe ich auch eine Intervallskala. Und ich habe natürlich notgedrungenerweise auch eine synthologische Untergrenze. Eine Zeitung kann nicht kürzer sein als 0 Zentimeter. Seitenlänge kann ich negativ werden. Dementsprechend habe ich einen absoluten Nullpunkt. Das heißt, ich habe hier alle Voraussetzungen erfüllt. Und, was ich sagen kann, seit längerer Zeitung, ist ein verhältnisskaliertes Merkmal. Dann mal als viertes Beispiel, Windows-Versionen. Hiermit ist jetzt gemeint, so etwas wie Windows 3.1, 3.1.1, 95, Windows XP, Windows 8. So etwas in die Richtung. Da sieht man schon direkt, wenn man jetzt versucht, XP und 95 zu vergleichen. Das wird schwierig, weil es ja keine Zahlen beides sind. Ja, 95 schon, XP nicht. Das heißt, man könnte an der Stelle argumentieren, es wäre eher nominal skaliert. Es lassen sich die Versionen aber insoweit anordnen, dass ich sagen kann, welche davon steht jetzt für eine neuere Variante, welche steht für eine ältere Variante. Das heißt, wenn ich auf der Ebene argumentiere, dann habe ich durchaus eine Ordinalskala gegeben. Aber ich kann da nicht argumentieren, dass der Abstand zwischen Windows 1.0 und Windows 2.0 genauso groß ist, wie der Abstand zwischen Windows 7 und Windows 8. Da sehe ich auch schon, ja, Ordinalskaliert ist dieses Merkmal, Intervallskaliert ist es nicht mehr. Das heißt, man kann sich streiten, ob es Ordinal oder Nominal sein soll, kann, aber es ist auf jeden Fall nicht Intervallskaliert. Dann kommen wir direkt zum nächsten Beispiel. Studiengänge an einer Hochschule, also so etwas wie Wirtschaft, Wissenschaft, Germanistik, Mathematik. Hier kann man natürlich zählen, wie viele Studiengänge gibt es, wie viele Studenten pro Studiengang. Aber es ist sehr schwierig, diese Studiengänge anzuordnen. Ich kann ja schlecht sagen, die Mathematik ist mehr Studiengang als die Germanistik. Dementsprechend kann ich sie nicht sinnvoll anordnen, habe also keine Ordinalskala. Da ich aber zählen kann, habe ich eine Nominalskala. Dann haben wir die Richterskala für die Stärke von Erdbeben. Dazu muss man wissen, die Richterskala ist eine logarithmische Skala. Das heißt, der Wert, den man hat, der irgendwo zwischen 0 und 10 liegt, geht den Exponenten an. Das heißt, die Stärke ist eigentlich beim Erdbeben einer Stärke von 8, nicht 8, sondern 10 hoch 8. Da sieht man auch schon, ja, ein Erdbeben der Stärke 9 ist wesentlich stärker als ein Erdbeben der Stärke 8 oder 7 oder 6. Das heißt, es ist anordnenbar. Es ist eine Ordinalskala. Die Abstände sind aber schlecht interpretierbar. Der Abstand zwischen Erdbeben der Stärke 3 und 4 ist nicht der gleiche wie der zwischen einem Erdbeben der Stärke 8 und 9. Das heißt, Ordinalskaliert ist dieses Merkmal, Intervallskaliert ist es nicht mehr. Kommen wir dann zum Thema Intelligenz, Intelligenzquotienten. Den hat man ja eingeführt, um zu entscheiden, wer ist denn jetzt intelligenter. Das heißt, per Definition ist er eigentlich schon ordinal skaliert, weil er die Anordnung erlaubt. Wenn man sich die Frage stellen, kann ich die interpretieren? Könnte man jetzt skeptisch betrachten, dass man sagt, ja, der basiert auf Aufgaben und die sind unterschiedlich schwer. Und dementsprechend ist nicht unbedingt ein Score von 80 zu 90 gleichwertig vom Unterschied her wie von 130 zu 140. In den meisten Sachen wird angenommen, dass sollte es da eine Verzerrung geben, dass die sehr, sehr gering ist. Und dementsprechend nimmt man eigentlich an, dass der Intelligenzquotient Intervallskaliert ist. Ist er auch verhältnisskaliert, habe ich einen absoluten Nullpunkt. Ein Nullpunkt wird schwierig. Prinzipiell könnte ich Nullpunkte erreichen, wenn ich alle Aufgaben bei solchen Tests falsch mache. Aber auch nicht unbedingt immer. Bei manchen Tests fallen erst beim Wert von 60 oder 70 an. Das heißt, da hätte ich schon das erste Problem so, vielleicht theoretisch könnte ich mir so einen Nullpunkt denken. Er existiert aber eigentlich nicht. Aber gehen wir mal einen Schritt weiter. Kann ich behaupten, dass jemand einen Intelligenzquotienten von 120 hat, und dass er mit dem von 120 doppelt so intelligent ist wie jemand von 60? Das wird schwierig. Die Tests sind ja gerade so gestaltet, dass eigentlich, man könnte so sagen, 120 doppelt so intelligent ist wie 100 oder 110. Das heißt, hier haben wir ein weiteres Indikator dafür, dass der Intelligenzquotient zwar durchaus ein intervallskaliertes Merkmal ist, aber kein verhältnisskaliertes. Das heißt, wir übernehmen hier Intervallskaliert. Dann haben wir als eines der letzten Beispiele verschiedene Modedesigner, sowas wie Lagerfeld, sowas wie Dior, Chilisander oder ähnlich. Und da sieht man, ja, ich kann zählen, wie viel gibt es, wer kauft von denen wie viele Produkte, alles Mögliche. Aber ich kann nicht sagen, na, der ist jetzt mehr Modedesigner als der. Ja, dementsprechend habe ich hier idealtypisches nominal skaliertes Merkmal. Als vorletztes Beispiel den Speicherplatz auf einer Festplatte. Ja, ich kann sagen, diese Festplatte hat mehr Speicherplatz als eine andere. Damit bin ich bei einer Ordinalskala. Ich kann auch sagen, wie viel mehr Speicherplatz ich habe. Das heißt, die Abstände sind genau bewertbar. Das heißt, ich habe auf jeden Fall eine Intervallskala. Ich kann sagen, ja, ich habe keinen Speicherplatz mehr. Negativen Speicherplatz kann ich nicht haben. Das heißt, ich habe auch einen absoluten Nullpunkt. Und damit eine verhältnisskalierte Merkmal, eine verhältnisskalierte Variable. Dann sind wir noch beim letzten Beispiel, der Anzahl der Zeichen auf einer Buchseite. Hier ist die Argumentation eigentlich komplett identisch, wie bei dem Beispiel vorher. Ich kann nur Seiten anordnen, danach, wie viele Zeichen sie enthalten. Ich kann sagen, wie viel mehr Zeichen sie enthalten. Und minimals kann eine Seite Nullzeichen enthalten. Das heißt, auch hier idealtypisches, verhältnisskaliertes Merkmal. Das wäre es dann auch mit dieser Aufgabe. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie konnten etwas für sich mitnehmen. Wenn Sie weitere Aufgaben zur Statistik 1 suchen, besuchen Sie doch auch den Rest der Statistik 1 Aufgabensammlung.